Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch hier zu diesem Video, bald Wochenende, aber erstmal noch ein paar witzige Nachrichten und auch schlechte Nachrichten. Wir sehen hier als erstes der Tamponspender auf dem Herrenklo, Zitat von der CDU, machen uns bundesweit zum Gespött. Ja, das ist richtig, im Stuttgarter Rathaus, auf der Damen- und auf der Herrentoilette ist nämlich jetzt möglich, kostenfrei binden oder auch Tampons sich mitzunehmen. Okay, wer es braucht, soll das machen. Überlegt euch das doch mal. Das sind die Probleme, die im Stuttgarter Rathaus, Kommunalebene, gerade behandelt werden. Da wird offensichtlich nicht darüber diskutiert und debattiert im Fokus, dass man eine Versorgungssicherheit für die Bürger hier in Deutschland ermöglichen möchte, dass man dafür sorgt, dass es uns allen besser geht, sondern um Tampons und Binden. Das ist die Priorität. Daran sieht man doch, wie weit weg diese Politiker von unserer normalen bürgerlichen Realität sind. Oder sehe ich das falsch? Ganz interessant ist es aber dann auch, wenn es hier heißt, Tamponspender auf einem Herrenklo im Stuttgarter Rathaus erregte Gemüter, die Initiative geht auf die Grünen-Fraktion im Gemeinderat zurück. Hat die Partei Die Grüne die absolute Mehrheit in diesem Gemeinderat oder hat da die ein oder andere Partei dem Ganzen zugestimmt? Fragen böse Zungen. Ich würde sowas ja nicht fragen an der Stelle. Schreibt es mal unten rein, was ihr davon haltet. Aber irre bleibt es und irre geht es weiter. Mit Christian Lindner hier an der Stelle heißt es nämlich die Nutzung. Zitat bei Twitter. Wirklich ein Zitat. Also manchmal denke ich mir, ihr kennt ja meinen Zwiespalt da bei der FDP und speziell bei Christian Lindner, dass ich überzeugt davon bin, ja, die AKW-Verlängerung verdanken wir ihm. Die verdanken wir ihm. Aber dann wird sowas hier rausgehauen, wo ich wirklich nur sage, also was ist denn da los? Also gute Besserung, Herr Lindner. Die Nutzung der Kernkraft ist keine dauerhafte Lösung. Also da muss ich ja schon mal grundlegend widersprechen. Wir sind das einzige Land, das diese Behauptung aufstellt. Das ist nämlich konträr zu dem, was alle anderen Länder machen. Auch wenn China hingeht und auf erneuerbare Energien setzt, ja, bauen die trotz dessen zahlreiche neue Kraftwerke auf. Mit ihr wollen wir lediglich eine Brücke bauen. Wir haben als Bundesregierung einen langfristigen Plan. Jetzt kommt's, wir wollen Deutschland zu einem der führenden Länder bei den erneuerbaren, Zitat, Freiheitsenergien machen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Kernkraft, also Atomkraft, Atomenergie, was das Gegenteil von Freiheit, Gefängnis, Gefangensein oder sonst was ist. Sag mal, geht's noch? Was ist denn das für ein Quatsch, was hier erzählt wird? Also so ein Wording von einem liberalen Parteipolitiker, sogar noch unserem Finanzminister, das ist doch unfassbar, oder sehe ich das falsch? Das schockiert mich wirklich zutiefst. Als nächstes haben wir dann die Frau Sarah Wagenknecht, wirklich eine Stimme der Vernunft in der aktuellen Zeit, wie ich persönlich finde. Und sie sagte nämlich jetzt hier bei BILD-TV, wie hasepost.de berichtet, Zitat, Ich wünsche mir, dass in Deutschland eine Partei entsteht, die die Politik der Regierung verändern kann. Das muss das Entscheidende sein. Ja, hat sie hier vielleicht so ein bisschen angedeutet, geleakt, dass sie selbst plant, eine neue Partei zu gründen? Und wie findet ihr das denn? Also ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt noch mehr, noch eine weitere Partei bekommen. Man sieht ja an den letzten Wahlergebnissen, sei es auf Bundesebene oder auch auf Landtagsebene, was mit diesen neuen Parteien passiert. Sie nehmen den starken Oppositionsparteien, wie zum Beispiel die Linke, um jetzt hier bei der Frau Wagenknecht zu bleiben, aber auch der AfD, die Stimmen weg, die notwendig sind, um eine adäquate Alternative darzustellen, also eine starke Opposition darzustellen. So ist es richtig ausgedrückt. Und wir haben es gesehen, hatte ich gerade das Ganze eingeleitet, mit zum Beispiel der Partei Die Basis. Guckt euch doch mal die Basispartei an. Das ist Stimmenklau. Tut mir leid, wenn ich jetzt dem einen oder anderen da wirklich persönlich angreife, weil er sagt, ja, ich engagiere mich vielleicht in der Partei oder aber hat die Partei gewählt. Aber was hat diese Partei denn erreicht? Sie haben unterm Strich tausende, zehntausende Stimmen weggenommen, die bei den Oppositionsparteien, den größeren, wie eben Linke und AfD, deutlich besser aufgehoben werden. So meine Meinung. Das muss man nicht unterstützen, keine Frage. Aber man sieht ja auch, wie verstritten diese Partei ist. Dann sehen wir über die Situation des Dr. Füllmich, was auch immer da ganz genau gerade am Laufen ist, dass da wohl nicht alles so richtig gelaufen ist, wie man in der Presse mitbekommt. Alles das, was ich vor Jahren schon vorausgesagt habe. Und es graut mir davor, dass ich auch hingegangen bin und hier über 800 Euro netto bezahlt habe, um diese Geschichte zu finanzieren und zu unterstützen. Sagen wir es mal so. Aber dazu passend, ganz interessant, wenn man hier gerade über neue Parteien spricht, ja, was ist denn mit dem Thema Neuwahlen in Berlin? Berliner Wahlkost. Nachwahl zum Bundestag wohl erst 2024. Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier passiert. Wir sind mittlerweile ein Jahr nach der Bundestagswahl, wo nachweislich einige Tage bzw. Wochen danach vom Bundeswahlleiter moniert wurde, dass bei der Wahl nicht alles richtig gelaufen ist und dass es Probleme gegeben hat. Was auch in der Presse der Fall war, dass ellenlange Schlangen waren. Man muss sich ja überlegen, wie konnte man denn an diesem Tag auch noch gleichzeitig, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Marathon laufen lassen. Unfassbar. Also man wollte das entweder, dass das crasht oder die Leute, die das organisiert haben, haben einfach schlichtweg keinen Plan davon gehabt. So und dementsprechend, was da alles schiefgelaufen ist, muss aufgearbeitet werden, weil es auch mandatsrelevant war. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass im Bundestag Menschen sitzen, die nicht demokratisch gewählt wurden, sondern andere Kandidaten, die nicht jetzt im Bundestag sitzen, wurden gewählt. Und das kann es doch nicht sein. Was ist denn, wenn die Bundestagswahl 2024 dann stattfinden wird, also diese Nachwahl, Nachwahl auch ein geiles Wort, Neuwahlen, zumindest für einige Teilbezirke, wo man sich ja auch vehement dagegen wehrt, dass komplett neu gewählt wird, was meiner Meinung nach das einzig wahre wäre, was man machen sollte. Nein, dieses Risiko möchte man nicht eingehen. Und das ist ja auch das Krasse, dass die Parteien offensichtlich darüber selber dann mitentscheiden, ob gewählt wird neu oder nicht. Kannst du dir nicht ausdenken. Demokratisches Land. So und dementsprechend, was ist denn mit den Bezahlungen für die Bundestagsabgeordneten, die dann gegebenenfalls rausfliegen aus dem Bundestag? Zahlen die das zurück? Das glauben wir ja wohl selbst nicht. Was ist denn mit den Pensionsansprüchen, die die gerade aufbauen? Zahlen die das zurück? Werden die gestrichen? Das glauben wir ja wohl selber nicht. Nein, Leute, was hier passiert, ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Es ist unfassbar. Und dann heißt es nämlich hier, erklärte der SPD, ob man im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, Johannes Fechner, am Donnerstag nämlich hier in der Hauptstadt wiederholt werden, dann wird das wohl nicht vor 2024 stattfinden. Es ist egal, was hier passiert. Ob bei den Wahlen betrogen wird, ja oder nein, das wage ich nicht zu beurteilen. Es gibt ja zahlreiche Berichte darüber, über die ich ebenfalls auch berichtet habe. Aber wir sehen ja, wie auch damit umgegangen wird, nachdem nachweislich und vom Bundeswahlleiter gesagt wird, das hat so nicht gepasst, da muss eine Neuwahl passieren. Und selbst dann wird es nicht gemacht. Unfassbar. Spricht Bände. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ja immer wieder darüber berichtet wird in den letzten Wochen, dass da einiges im Argen liegt, dass da Gehälter bezahlt wurden, die nicht ganz so stimmen. Da gehen wir gleich auch nochmal hier auf die Frau Schlesinger ein. Aber im Ersten haben wir hier jemanden, der sich dazu auch äußert. Das ist Professor Hans-Günter Hennecke, das Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Und wenn man diesen Artikel liest, denkt man erstmal, eigentlich müsste der Rundfunkbeitrag weiter erhöht werden. Nein, warum sollte er das? Aber man bricht diesen Artikel, dieses Interview, spätestens ich habe es zumindest an dieser Stelle hier nämlich abgebrochen. Und dann wird er von der Welt gefragt. Herr Professor Hennecke, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen die frühere RBB-Intendantin Schlesinger. Ein Einzelfall oder liegt der Fehler im System des öffentlich-rechtlichen Senders? Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, liegt der Fehler im System oder handelt es sich um Einzelfall? Ich habe da so eine Vermutung, was ihr sagen werdet. Und dann sagt er, Zitat, Korruption, Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft lassen sich auch künftig nicht ausschließen. Aber, ich glaube aber, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Das System selbst ist nicht das Problem. Wisst ihr, wir haben doch in den letzten Wochen zahlreiche Informationen darüber gekommen, wie es möglich war und auch ist, dass in diesem System bedroht wird. Kameraleute, die bezahlt wurden, wo sie gar nicht gearbeitet haben, zahlreiche Boni-Zahlungen, die passiert sind, Überbezahlungen, riesengroße Gehälter. Und das System soll nicht das Problem sein? Sorry, aber ich lebe in einer anderen Welt als dieser Herr Hennecke hier an dieser Stelle. Das ist unfassbar. Auf zurückzukommen haben wir jetzt noch diesen Artikel hier. Prüfbericht stellt Verstöße fest. Verträge mit Schlesinger womöglich unwirksam. Und ganz interessant ist die Einleitung hier, wenn wir nämlich überlegen, ja, das wurde jetzt festgestellt, okay, anwaltlich. Dann heißt es nämlich, in der Affäre um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung beim RBB hat die vom Sender beauftragte Kanzlei. Sorry, Leute, aber das ist doch Realsatire. Der Sender beauftragt selber eine Kanzlei, die einen Bericht vorlegt. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Die BILD haben aber auch ganz gut darüber berichtet. Und dann heißt es hier, mehr als 350.000 Euro hat Skandalintendantin Schlesinger jährlich beim RBB kassiert. Ohne die nötigen Beschlüsse des Verwaltungsrats stellt ein Anwaltsteam fest. Also die waren, muss man fair sagen, ein bisschen kritisch waren sie jetzt und haben da was festgestellt. Zum ersten Vertrag gab es keinen Verwaltungsratsbeschluss, stellt die Juristin Nina Rossi fest. Beim zweiten und dritten Vertrag lagen dem Rat wesentliche Informationen. Wie zum Ruhegeld nicht vor. Diese Mängel führen zur Nichtigkeit der Verträge. So, und dann denkst du jetzt erstmal als normaldenkender Mensch, okay, dann muss das zurückbezahlt werden. Dann sind ja Leistungen passiert, ohne dass das ja abgesegnet war. Das darf ja nicht sein, das ist ja nicht fair. Aber nein, in diesem Fall sieht das Ganze wieder mal anders aus. Deshalb konnte der Sender Schlesinger fristlos feuern, aber ihr Gehalt nicht zurückfordern. Denn die Zahlungen waren nicht rechtsgrundlos. Rechtsgrundlos, so die Anwältung. Gearbeitet hat sie die Intantin, ja. Aber wie? Und ich frage hier nicht aber wie, sondern was, wie viel, wie wenig, wo und in welchen Bedingungen etc. pp. Das kannst du dir doch einfach nicht mehr ausdenken, was hier abläuft. Wisst ihr, da wird, wenn man rechtlich aufpassen, da wird etwas gemacht, was gerade aktuell rechtlich geprüft wird. Aber dennoch kann es nicht zurückgefordert werden, falls es sich bewahrheitet, dass das nicht rechtmäßig passiert ist. Unfassbar. So was geht nur in der Bananenrepublik Deutschland. Jetzt schreibt eure Meinung gerne unten rein. Ich wünsche ein schönes, erholsames Wochenende. Daumen hoch fürs Video. Haut rein bis zum nächsten und ciao.